Zum Verkauf steht der HZ 12.6 von VDO. Er hat normale Gebrauchsspuren, wie man das hier vielleicht erkennen kann. Er funktioniert ohne Probleme. Batterien liefere ich mit. Müssten eigentlich noch ausreichend halten. Er hat ein Stahlgehäuse, deswegen ist er auch besonders bei Stürzen geschützt und natürlich ist auch mit der Brustgurt dabei.